A Cure for Wellness. Wie kann man einen so atmosphärisch, technisch und optisch genial umgesetzten Film dann an einigen Stellen storymäßig so verkacken? Ja, das ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich mit dem Film nicht warm werden konnte gegen Ende Toos. Und naja, erkennt mich ja, ich analysiere dann vielleicht mal ein bisschen. Es kann sein, dass ihr diesen Film mögt. Ich möchte euch jetzt nicht zu viel verraten, weil der Film nimmt natürlich einen Pfad, der nicht so ganz klar ist von Anfang an. Ich erzähle euch mal so das Intro. Das Intro ist das, was eigentlich mehr oder weniger, ja, sponderfrei, was man erzählen kann. Es geht um Lockhart und der wird geschickt, der ist in einem Unternehmen. Man merkt schon, dass er ein bisschen Schissen hat in dem Unternehmen, irgend so börsenmäßig halt. Und er soll den Obermacker, der irgendwo einen komischen Brief geschickt hat aus irgendeinem Sanatorium, den Salat zurückholen. Im Film, naja, es geht nicht um seine Reise. Ja, dann geht der Film eigentlich los. Also er fährt dann in dieses Sanatorium. Und ja, es passieren Dinge. Und jetzt ist die Frage, also für mich wäre es jetzt wichtig, so im Nachhinein, wenn ich so einen Film, würde ich mir einen anschauen, in welche Richtung biegt der Film ab? Also er ist auf jeden Fall so ein, sag mal Psychothriller. Aber es ist auch so ein Psychothriller, ich sage ja immer, Mindfucking ist jetzt kein Begriff von mir, aber der eben ein bisschen ja mit deinen Ideen spielt. Das Doofe ist, ich finde, es ist einer, der auch ein bisschen den Pfad der Logik bei der ganzen Geschichte nachher verlässt. Und jetzt könnt ihr sagen, das ist mir wurscht. Dann ist es okay, dann schaut es euch an, weil er ist unglaublich sphärisch umgesetzt. Es ist der Wahnsinn, was die da gemacht haben. Es ist im Prinzip, soll ich jetzt, ja, ich mache die minimalen Andeutungen, es ist ein Albtraum, der wahr wird. So viel dazu. Ich lasse euch mal, ich bin noch ein paar Zahlen da, er ist von 2016, er geht zwei Stunden 26, er ist auch, je nachdem, wie weit man sich darauf einlässt, zu lang. Er war wohl an der Kinokasset, Flop, hat 40 Millionen wahrscheinlich gekostet, hat ungefähr Welt, da hat wahrscheinlich 26 eingespielt. Regie hat Gore Wawinski geführt, den kennen wir von Lone Ranger und Pirates of the Caribbean 2, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das mal überlegt, aber auch von Ring. Und jetzt ist die Frage. The Good, The Bad or The Ugly. Wie gesagt, ich fand ihn, ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben, aber am Ende, das ist so ein Film, ich weiß, ich bin wieder an dem Thema Deutschlehrerfilme, ihr könnt den auf mindestens drei Ebenen diskutieren, also gibt echt was her. Das ist jetzt nicht mal der so, boah, ist der geil, ich habe mich erschrocken, Film, sondern mehr so der, was meinen die jetzt damit? Auf welcher Ebene bleibe ich? Ich bin ja eigentlich der Meinung, die richtig guten Filme, also die, die alle, wo sich alle einig sind, das sind Filme, die auf mehreren Ebenen funktionieren. Das sind auch so Tarantinos, die auf der Splendor, boah, geil, so viel Blut. Und dann, wow, da ist aber auch noch was drüber. Die funktionieren super. Wenn ich mitdenke, finde ich den dann auch noch gut. Das sind die besten der besten. Aber ich brauche Terminator 2 ist zum Beispiel einer von denen. Oder Fight Club zum Beispiel ist auch einer von denen. So, jetzt biegen wir ein bisschen ab in den Spoilerbereich. Also wir biegen völlig ab in den Spoilerbereich. Ich erzähle jetzt dann ein bisschen was von der Handlung und dann meine ganzen Kritikpunkte und meine Interpretation. Ja, Lockhart kommt in dieses Sanatorium und alles ist komisch. Also es sind viele Szenen, die sehr symbolhaft werden. Und die ganze Symbolisiererei, die wird schlimmer und schlimmer. Moment. Ich habe mich dann schon relativ früh gefragt, wo soll denn das enden? Wir sehen so Bilder. Also es ist immer sehr viel Wasser im Vordergrund. Es gibt auch so eine Szene mit einem Wasserglas. Es ist so präsent, omnipräsent, dass man sofort merkt, irgendwas ist mit Wasser in dem Film wichtig. Auch Blut ist wichtig. Der Film ist auch relativ hell gehalten. Also immer so bei Weiß, Rot und ja auch so dunkle Töne. Da ist sehr viel in dem Film wieder geboten. Von der Zeit her, ja, wir sind also ein bisschen im Handy-Zeitalter. Aber dieses Hospital spielt, also es sieht aus wie ein bisschen aus der Vergangenheit. Man kriegt schon so diesen Vibe von diesen Psychokliniken. Und am Ende des Tages jetzt ultra mega komprimiert. Ja, er will eigentlich den retten. Aber alle Leute da drin wollen nicht gerettet werden. Aber warum eigentlich? Naja, es hängt mit den Aalen zusammen. Oder auch nicht. Weil dieses Wasser, das aus dieser Quelle entspringt, das verlängert die Lebenszeit. Aber es ist gleichzeitig giftig. Das muss man jetzt erst einmal geistig verarbeiten. Und der ursprüngliche Besitzer, der eigentlich noch die irre Idee hatte, dass er seine Blutlinie sauber halten will, indem er andauert Inzest begeht, der kam da drauf und hat dann ein Experiment an den Dorfbewohnern durchgeführt. Und hat dann herausgefunden, dass, weil die Aale sind ja so, werden so alt, wie auch immer er das rausgefunden hat damals. Das heißt, da muss was im Wasser sein. Und aber gleichzeitig kann er aus den Menschen das Wasser trinken, das irgendwie mit ein bisschen Aalen versetzt ist. So habe ich es mir jetzt zusammengereimt, kann er dann eine Art Gegenserum entwickeln, dass man sich, sie sagen immer Vitaminen, also reintropft und dann leben die Leute ewig. Okay, so weit, so gut, das habe ich als Prämisse geschluckt. Ich sage euch am Ende, warum ich vieles anders interpretiere als andere. Ich bin über einige Szenen gestolpert, die ich für sehr unlogisch finde. Zum Beispiel, also diese Toilettenszene mit den Aalen, die aus dem Spülkasten dann raus und dann im Klo verschwinden. War das ein Traum? Die Sache mit diesem Wassertank, wo plötzlich die Aale auftauchen, während die Krankenschwester da über den Aufseher herfällt. Das heißt, wenn man die Szene weiter interpretiert, dann muss ja der Aufseher das nicht haben haben sehen wollen, weil er es nicht wusste. Und ich habe mich gleich gefragt, warum liegt der in so einem großen Tank für so eine Sensory Deprivation? Das sind ja so kleine, normalerweise kleinere Tanks, in denen man schwebt, um dann keine, ja, es soll wohl interessant sein. Sag mal so, aber warum wird dann der Wasserspiegel so angehoben? Da habe ich mir gleich gedacht, hier ist jetzt irgendwas im Gange. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn jetzt hier unter Wasser was passiert. Ich habe mich ein bisschen gestört, dass er keine Nasenklammer hatte, dass er bloß so Breathing-Dingsbums hatte, weil du kannst so nicht nur mit dem Mund atmen, wenn du dir nicht die Nase zuhältst. Das haut nicht hin. Ja, ich weiß, ich bin wieder pingelig, aber ich sage euch gleich, auf was ich heraus will. Dann die Szene mit dem Schlauch schon gegen Ende, wo der dem wirklich diesen Schlauch, wo die Ahle, er sie eher in Zwangs füttert, wie so eine Stopfgans mit dem Schlauch. Und er schiebt den, ohne dass er viel macht, viel zu weit rein. Also, ich behaupte, das Ganze ist ein Albtraum. Es ist ein Film, der aus Albtraumbildern besteht. Und dieser Teil ist eigentlich nicht real. Der ganze Film ist nicht real. Und das kann man immer sagen. Mein eigenes Argument, so Inception-mäßig, wenn man den Film von Anfang an für alles Einbildung hält, dann haben wir verloren. Ja, aber in dem Fall sind alle Szenen. Wenn ihr den Film, ich habe ungefähr ab, ich glaube, dem ersten Drittel angefangen, den Film nur noch als Visualisierung von Albträumen zu sehen. Und dann funktioniert er, dann funktionieren plötzlich auch alle Szenen. Weil das ist genau, das sind alles Albträume, die wir haben. So mit Aalen im Wassertank, was auch immer mit einem machen. So wie Blut und so weiter inszeniert wird. Wie er, na, nicht immer auch gut behandelt wird. Von wie ihn die Schwestern behandeln. Denn es alles ist eigentlich eine Ausgeburt eines Albtraums. Jetzt ist die Frage, stimmt das nicht, weil, also sind seine Erinnerungen da falsch, weil er ja unter dem Gift, also unter dem Wasser leidet. Ich denke nicht, ich denke, es geht schon von Anfang an los. Also für mich ist der ganze Film so real. Und warum funktioniert er da nicht für mich? Weil er diese Logik bricht, die er selber aufmacht. Und zwar die Logik ist ja, dass die Leute in das Sanatorium gebracht werden. Da werden sie eigentlich als Filter benutzt. Und deswegen trocknen sie auch aus, um diesen Stoff zu gewinnen, dieses Antigift. Aber warum dann die Ahle? Eigentlich müsste man doch, müsste doch die Ahle das Antiserum haben. Und warum diese Schlauchszene, wo die in diesen eisernen Lungen hängen. Na, von mir aus die eisernen Lungen, von mir aus zum Ausquetschen. Die Szene ist schon ziemlich eindeutig. Aber das verstehe ich nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also hätte man auch anders lösen können. Diese Ahle sind ein Spiel mit dem Ekelfaktor. Weil, also an vielen Szenen merkt man das. Auch das mit dem Klo, das ist ja auch so ein Albtraum, den manche Leute wohl haben. Dass irgendwie aus dem Klo was rauskommt. Und es gab sogar solche Sachen schon, das aus der Kanalisation. Aber lassen wir das jetzt. Das wäre jetzt zu unangenehm. Es gibt ja auch diese Ballerina-Szene, die für mich darauf hindeutet. Wo sie ihn dann fragt, warum hat sie die Augen zu? Und er sagt so sinngemäß, sie träumt nur, sie weiß es aber nicht. Das ist für mich mehr Schlüsselszene, weil sie dreimal vorkommt. Und zwar von Anfang, Mitte, Ende. Mehr Schlüsselszene, als man zugeben möchte. Machen wir noch, spinnt uns über das Ende her. Er versucht ja dann, seine Tochter, Schwester, wie auch immer dann, ja, genau, das versucht er dann. Und am Schluss geht alles in Flammen auf. Also im Prinzip wiederholt sich die Geschichte, bla 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 bla, der Böse hat halt dann wieder doch nicht gesiegt. Es ist alles schwierig. Es ist mir zu übersymbolisiert. Vielleicht bin ich, da könnt ihr mich jetzt wieder gerne hier unten in den Kommentaren korrigieren. Wisst ihr, die Symbole schreien dich schon an. Schon diese ganze Farbsymbolik, okay. Aber dann auch die Ahle. Also sagen wir es mal so. Sie hat ja in dieser Kneipe, die Szene, die hat eigentlich noch was. Da wird sie im Prinzip von den anderen Mädels, ja, geschlechtsreif diskutiert. Und vielleicht auch, weil sie mit ihm unterwegs ist, wie auch immer. Jedenfalls ist sie dann plötzlich so weit, während die anderen es hervormachen. Das sind wir wieder bei dem Punkt, bei der Bedeutung der Farbe Roten. Dann gibt es auch den roten Lippenstift. Und eben, dass sie in dem Moment halt ihre Monatsblutung dann hat. Für sie relativ schlecht. Die Ahle mit einer Symbolisierung von, ja, Geschlechtsverkehr halt. Was sollen die sonst symbolisieren? Das ist mir fast schon wieder zu platt. Und jetzt kann man natürlich darum interpretieren, dass es darum geht, dass die heutige Gesellschaft verschiedenen Gurus nachläuft, um das schlechte Leben auf der einen Seite mit dem schlechten Leben da auf der anderen Seite dann zu vertauschen. Im Prinzip wollen ja die alle in dieses, ja, in dieses Hospital. Und dann wollen sie auch nicht mehr weg, aber sie werden da auch vergiftet, während sie sonst eben an Herzinfarkt sterben im anderen Bereich. Ich weiß nicht, ist das jetzt toll oder nicht toll? Kann man jetzt so sehen, ja, ist für mich eigentlich, von der Message her war das nach 10 Minuten klar, wisst ihr, das ist einfach irgendwie nicht so richtig herausragend. Man könnte es vielleicht weiter interpretieren, dass der Fortpflanzungsakt eigentlich die wahre Unsterblichkeit ist. Auf das will ja er dann raus mit seiner Tochter zusammen. Und was machen die zwei dann am Schluss, als sie dann geflohen sind? Ja, sie sagen natürlich den anderen Business Kaspern ab. Ja, mei, das war es dann. Und das, das war es jetzt. Also, ich hänge, ist nicht so schlimm. Also, es ist jetzt, versteht es mich nicht falsch. Ich habe ihn dann schon wieder stellenweise genossen, weil ich einfach nur noch die Optik habe in mich reinlaufen lassen. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn alles ein Albtraum ist. Und dann finde ich, ist es schade. Es wäre geiler, wenn ich das nicht als Albtraum sehen würde, aber dann hätte man halt im Drehbuch diese Szene etwas runter zitieren müssen und sie wäre nicht so eindrucksvoll gewesen. Muss man schon sagen, diese Schlauchszene, da kommt es da schon. Auch diese Zahnarzt-Szene, da wird der Marathon-Mann ganz blass vorne alt. Er hat ja aber nachher wieder den Zahn. Das habe ich auch nicht verstanden. Deswegen bin ich auch ein bisschen bei dem Traum hängen geblieben. Genau, der Zahn muss irgendwo hergekommen. Also gut, der Zahnarzt ist wahrscheinlich super, aber wozu eigentlich, wenn die Leute ja eh bloß ausgepresst werden? Ja, wahrscheinlich denke ich zu viel darüber nach. Vielleicht sind meine Gedanken auch nicht vollständig. Also man kann da seitenlang sich was ablassen. Habe ich mir jetzt sonst noch irgendetwas notiert? Nee. Ja, also ich bleibe dabei. Es ist alles ein Traum aufgrund dieser Ballerina-Figur. Also ich hätte es besser gefunden und ich habe kein Hinweis darauf gefunden. Wenn man irgendwo merkt, dass er zum Beispiel im Geschäft, dass er da sich eine Droge einwirft oder irgend sowas und man dann interpretieren kann, dass er ab dann weg ist, dass ab da alles irreal ist, dann wäre der Film vielleicht besser gewesen für mich. Und ich bin auch jemand, der sowas gerne auflöst. Also ich hätte am Schluss diesen Mindfuck beendet, weil ich sage es jedes Mal, die Mysterybox ist nicht unbedingt die Kunst. Ich hätte ihn dann am Ende vielleicht die Augen aufmachen lassen und man sieht im Hintergrund, dass er wieder an seinem Schreibtisch sitzt und die Drogenwirkung jetzt weg ist. Das wäre für mich da richtig am Mindfuck gewesen. Ich weiß, dass viele andere Meinungen sind. Das wird jetzt spannend. Auch spannend sind übrigens meine anderen Kanäle. Hier oben ist mein Standardkanal. Ja, Technik, ein bisschen Laberei und Techniktests und Zerstörung. Und unten ist mein Laberkanal. Ja, ich denke, auf einem von denen werden wir uns jetzt gleich wiedersehen. Hoffe ich mal, weil irgendwie muss ja euer Tag weitergefüllt werden mit sinnvollen Inhalten. Dann würde ich mal sagen, jetzt gehe ich aus der Dr. Kluft wieder raus hier und dann bis zum nächsten Mal. Servus.